Ja und so fangen wir direkt mit einer interessanten Aufgabe an. Wir dürfen unseren Nachbarn helfen. Ich habe wieder lange nicht gespielt, fast schon zu lange, um ehrlich zu sein. Wie sieht es aus? Vorräte, Benzinkönister, alles soweit. Okay, Munitionsbehälter ist nicht so toll. Wie sieht es mit den Personen aus? Na, Freund, Freund, Freund. Nicht wirklich unser Freund, aber die meisten können uns leiden. Wir haben momentan neun Leute drin, wir waren schon mal mehr. Okay, Waffe, der Dante, passt. Kaffee haben wir auch dabei. Riffen, passt. Na, gut. Soweit in Ordnung. M für Karte. Und wo sind denn die Nachbarn, die Hilfe brauchen? Oh, vielleicht erstmal den vermissten Überlebenden suchen. Oh Gott, wie es hier aussieht. Genau, C verschleichen. Tür mit. Papa mit. Aufgestoßen. Okay, wir müssen noch ein bisschen üben. Muss wieder mit der Steuerung klarkommen, tut mir leid. Das ist es, wenn ich immer so selten spiele, dann komme ich wieder gar nicht klar. Normalerweise habe ich immer mit Controller gespielt. Ich habe einen Controller jetzt nicht gefunden. Ich spiele wieder mit Maustastatur, was natürlich auch sehr gut ist. Gut. Ah, Zombies. Wer hätte das erwartet? Aber ihr seht schon, ich muss mich jetzt erst einmal ein bisschen zurückfinden. Gut. Das haut noch rein. Das ist in Ordnung. Vorne brennt's. Na du. Bevor du noch auf mich zukommst, wenn ich nicht so gut... Ah. Ah. De Nacht. Du bist tot. Ging dir nochmal der Tor ist tot? Hm. Ich glaube das ist mal Z. Muss ich jetzt gleich beim nächsten Mal probieren. Der ist schon tot. Ich finde es übrigens gut, wie stark uns die Natur wird, ne? Dass die in Gegensatz zum Anfang schon nur mit zwei Schlägen einfach mal die Gegner wegmatzt. Das ist schon nice. Hallo. Okay, Moment. Ne, Z war nicht der Todesstoß. Wollen wir gleich mal schauen. Wo der Todesstoß war. Oh, den... Knall ich lieber auf den fetten. Hallo, fetti. Gleich mal ne Stufe besser geworden beim Schießen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt uns den Überlebenden helfen. Wir gehen hinten ran. Gott, deswegen hier überall Zombies. Ich habe das Gefühl, dass er tot sein könnte. Schauen wir mal in jedem Raum, ob er was finden. Nichts mehr da. Oua. Du Sackgesicht. Stopp. 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 Nee ŞAH – So, ich mache jetzt mal ganz kurz darauf, was ich bisher noch nicht in Aufnahme gemacht habe, an die Staticin runter, weil mich das gerade echt stört. schon viel besser jetzt sehe ich auch besser ich hoffe ihr habt es jetzt nicht zu laut gehört oder so nervig aber naja muss jetzt sein viel angenehmer wir haben da hinten aber noch ein punkt ja ganz ruhig nein wir müssen das jetzt zu machen stimmt jetzt weg hier sagt es sich da ja ja die idee ist gar kein zami ist die schnauze die schnauze die schnauze die musik ist geil weg von hier vor dir da nein du auf wo bist nutzlos ok wir machen mal die Tür zu die musik ist bei dir ist keiner die schnauze die musik ist nur das sie Die gibt mir gerade so auf den Sack, jetzt glaubst du gar nicht. Ja, zermatscht. Weil ich mich einen halben Meter wegbewege, gesagt, ich schon, dass ich dir helfen soll, oder was? Oh nein. Siehst du das auf der Karte? Gut, wir machen alle Fenster zu. Ich sehe es nur ungern, aber ich glaube, da kommt eine Zombie-Horde direkt auf uns. Ich hoffe, dass die umdreht. Ich sehe, wie uncool das ist. Ah, die hat es umgedreht. Puh. Genauso uncool, wie das es dunkel ist. Ich mag den Dunkel leider nicht. Gut. Aber hier scheint es wenigstens ein bisschen Loot zu geben. Okay, das kann ich nicht schließen. Wo fehlt es denn da noch? Wo habe ich denn das vergessen zuzumachen? Da, oder? Ne, da war ich auch. Ich meine, ich glaube, wir müssen noch warten, bis die Zombies so durch sind, aber... Ach, da. Ne, auch nicht. Hier. Na, stellen wir die mal da rein, ne? Und jetzt heißt es warten. Auf den Tod. Warten! Ja, ist schon ziemlich dunkel, ne? Hä? Was? Was? Hä? 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 Nerv mich nicht, du... Sack! Danke. Ist da irgendein Fenster, wird gerade versucht, ein Zombie-Ock zu öffnen. Ich darf die Reste hier drüben sein. Ja. Geh weg! Ich muss mal kurz nachlaufen, wir haben ja Zeit. Ja, ich muss mal kurz nachlaufen, wir haben ja Zeit. Und wie wagt das rum, ne? Dass wir jetzt noch den Überlebenden verteidigen sollen. Das ist doch alles cool hier. Na? Alles dufte. Keine Bedrohung. Da vorne ist ein Zelt, ne, ein Auto. Ganz, ein Zelt sag ich schon. Und ich muss niesen. Uh-ha. Uh-ha. Uh-ha, ich bin stärker. Oh, leck. Ah, ne, ich muss doch nicht niesen. So, dann schauen wir doch mal. Hatten wir da nicht irgendwo Gegenstände, wo wir looten können? Da, oder? Ne, da können wir nicht looten. Wir haben jetzt bloß, wir haben uns den ganzen Ärger gemacht. Und wir können nicht nur was looten, man sucht dann die Kuh für einen blöden Ort aus. Oh, das packt ja wirklich um. Gehen wir mal raus. Ach, Eva. Zum normalen Öffnen. Hallo? Oh, fettig, ich bin fett, fett. Good stuff, man. Oh, schnell wieder zu überleben sind. Au. Ich finde es aber gut, dass wir uns immer mehr verbessern. Das ist echt geil. Inzwischen ist er ziemlich stark, aber die anderen halt schwach, was auch nicht noch so toll ist. Hey, lauf da nicht vorn weg. Ist nütz hin. Da. Also, ciao, zusammen. Es war schön mit euch. Ciao, ciao, tschüss. Warte auf mich. Warte. Warte. In accordance with the new laws, all citizens sheltering at the courthouse are required to turn in any and all. supplies found to the designated supply officer. Äh, äh, wo bist du jetzt hin? Failure to do so will result in docking of rations, imprisonment or expulsion. Wunder, dass ich nicht ihren Kopf treffe, ne? Stopp, 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 stopp. Nachher. Hm. Scheint auch schon sicher da zu sein. Wuppa. Moralangst, mehr Außenposten einrichten. Ja, das wäre natürlich schön. Aber davor müssen wir noch ein bisschen schauen, was die Aufgaben sozusagen. Koloss mit einem Riesenbasterz, äh, hilft, einen Riesenbasterz zu vernichten. Nichts mehr da. Die Wegkördys, den mag ja keiner. Außenposten fallen bereit. Klindrager hinweisen, der überlebende nach. Ja, fast schon hier, ne? Aber ich würde gern. Müssen ja immer den langen Weg haben. Das ist so nervig. Oder ich schnapp mir jetzt jemanden und versuche wirklich mal ein Infektionsherd da. Ja, probieren wir das mal. Ist eigentlich noch die Aufgabe da oben da? Tatsächlich ist ein Decken schnappen. So, wir haben ja ziemlich viel Platz, aber das ist Absicht. Keeperfell. Tischbein, ja, ja. Was haben wir hier, schöne? Wir haben den ganz Großen, ne? Ich weiß nicht, ob es noch größer gibt. Tadam. Ein bisschen mehr Monika, die wir mal mitnehmen. Äh, 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 äh. Nehmen, eh. So, was brauchen wir noch? Dämpft den Schuss, lerne, äh, äh, Döse. Nehmen wir mal den mit. So, bringen wir mal an. Da ist es sogar schon angebracht, komisch. Ähm, machen wir noch einen Kaffee da. Einen Kaffee haben wir noch, den nehmen wir auch mit. Und dann, was ist das hier? Betäubt den Schmerz halt aber keine Wunden. Betäubt den Schmerz halt aber keine Wunden. Zombies im Brand, das scheinen sie nicht zu mögen. Nehmen wir mal mit. Okay. Ach, stopp. Wir haben ja noch keinen. Da, das da. Okay. So, und dann brauchen wir noch jemanden, der mit uns geht. Du bist wer? Ah, okay. Wenn ich ein paar Zombies und plaudere, ein bisschen. Eine kleine Version, das kann man natürlich auch machen. Komm mit mir. Du musst dir aus der Kopf kommen für ein bisschen. Klar. Habe ich da kein bestimmtes Ziel? Oh ja, doch. Dieses Haus ist schön. Gut, gehen wir mal. Kann dir nicht schaden.